Musik 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 Wie Sie lügen, wenn Sie Worte verwenden. Wenn Sie Demokratie sagen, dann denken Sie an deutschtürende Patrioten, die Ideologen zujubeln. Wenn Sie vom Volk reden, was hilft in Umverteilung, Solidarität und Internationalismus. Die soziale Frage wird auch heute noch und sie wird auch in Zukunft entschieden zwischen oben und unten. Zwischen denen, die über Geld, Eigentum und Macht verfügen und denen, die das nicht haben. Und dazu braucht es keine Nationalismus, dazu braucht es internationale Solidarität, starke Gewerkschaften und Druck aus der Zivilgesellschaft, den wir heute hier sehen.